Servus Leute und hier nochmal ein Win in Call of Duty, ich bin Phoenix, viel Spaß damit! Auf geht's, auf geht's! Ah, der Patrick macht das Ding! Du bist jetzt voll müde an! War der so aus dem Bett gefallen, noch am Zähneputzen? Ne, war zwei Stunden aus dem Bett gefallen! Der hockt mit Zahnbürste am PC! Okay, ein Team ist auf jeden Fall hier! In der 3, in der 6... Ich bin Waffenlos! Dann müsste sie dir ne Waffe dürfen! Ich geh wieder hoch! Einer knockt! In der 3 knockt! Ich hab nur noch... Da ist Shipwreck! Er hat den Dings aufgestellt! Drei frei! Äh... Hier sind zwei, hier sind zwei! Ich komm, ich komm! Einer knock, einer knock! Wo ist hier? Hier in der Garage! Team Web! Nice! Wir haben sie, ne? Ich hab einen Moni nicht für AR, bitte! Ich hab gar nichts mehr! Ich hab vier! Ohja! Loll! Hey! Ho! Let's go! Krieg ich die, bitte? Ja, moin! Das waren, glaub ich, nur die drei, ne? Ja, ich glaub auch! Ja, die sind auch mega leise, die beiden! Ich weiß auch nicht, was... Was, wir sind mega leise?! Soll ich lauter reden?! Bei mir seid ihr völlig in Ordnung! Bei mir seid ihr völlig in Ordnung! Ja! Bei mir auch! Das ist wieder... wieder typisch Frau! Maggie! Die... Lautstärke ist völlig in Ordnung! Ich sag ja nur das, was meine... Brauch ja nicht mich gleich hier anstreinen und... Doch! Ich geh grün! Hey Bobby, grüß dich! Alle Türen einmal auf! Stubentüren auf! Meldung! Oh ne, jetzt geht's schon... Hast du einen Grundwehrdienst gemacht? Patrick? Ja, hab ich... Jawoll! Ich stürm sie dann auf! Die Feuerstation... Stube 23 steht, melde keine Vorkommnisse! So in etwa, ja... Ach ja... Ich war Stube 216... Die sind hier links bei mir drin... Stube 260... Einer ist hier oben... Über dir... Nein... Einer hat Schildbrake... Oben noch... Oben weg... Einer hat noch mehr Hits... Ich hab ihn aber auch nicht... Ö... Ach du kleiner Buster, ey... Ok... Patrick ist safe... Ich hol ihn Patrick... Oh ja... Maggi mach du! Ok, 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 ok... Ok... Gibt ein Vibe! gott sei dank man ja die kohle haben ja jetzt shop helden der war echt los auf dem dach ja lasse gehen in letzter zeit will ich immer stadt hier panzerplatten tabletten sagen brauchst du tabletten hier keine ahnung warum ich tabletten seit dem kopf ja tabletten vor allem mani 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 ja patrick du hast deine tabletten auch am start ich habe jetzt gerade noch mal fünf geholt aber ich hatte keine flagge machen oder bau und was habt ihr mehr los du hast gerade entschieden für uns wieder spiel mit dem krokodil du bist der krokodok ich bin ja so froh dass wir im fitnessstudio ohne maske trainieren dürfen was machst du da ich trainiere post vergiss es so wenn ihr keine vorkommnisse ist es frei um uns herum vielleicht gut aus würde ich sagen lass baut die noch wollen oder wie sagt man noch mal g36 entladen gesichert entladen und irgendwas anderes ja aber irgendwas machen so noch ein drittes glaube ich entladen und gesichert und keine ahnung ja dass die miki gleich am start diese saugt und nicht her gibt alles gut bei dir ja da ist ein einsatz ich gehe mit patrick ja aber aufs dach wenn wir glück haben kriegt man sie sogar ins visier ich habe keine sniper dabei ja ich sehe sie nicht ja dann lass da hin oder ich glaube die sind äh unten ja naja sie bewegen sich müssen aufpassen aber eigentlich ist ein parkplatz ganz gut zu stürmen da oben war gerade jetzt nicht mehr die machen aufklärung oder sind es die ja das sind sie doch und an dem lautert geholt früher da schon ja auf dem dach auf dem dach ja 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 das ist lieber bounty das kopf geht zum auftrag ich sehe den ich kannst du den pingen wenn du den noch mal siehst ja ja der wird zum notablaufen ne läuft weiter ne läuft weiter ja fix geist der ist hier drin glaube ich ne läuft weiter der ist jetzt im hochhaus ich glaube der wird zum einkaufen naja vor mir beim einkaufswagen jetzt ich kaufe n patrick achso wir waren noch gar nicht dran ne patrick hat der ist schon wieder dort küss dich Na, alles gut. Ja, ja, ja. Ay caramba, dreh dich um unten. Lass sie losgehen, oder? Ja. Warten wir uns auf Patrick, würde ich sagen. Hallo, Pascal. Meine Pingen, ich habe kein Ausrufezeichen Vince drin. Aber die stehen hier oben. Über meinen schönen Kopf. Winst du die Wins? Ja, es ist ein Loadout geholt hier rechts. Wollen wir den noch machen, schnell? Patrick, sag du an. Du hast keinen Loadout. Ich habe Loadout. Achso, hast du. Ja, die Wall moved, ne? Oder lass du bis dahin hochgehen und abfangen. Das ist, glaube ich, besser. Ja, das ist ein guter Call. Ja, der wird das Auto wahrscheinlich nehmen. Wie geht's dir, wunderschöne? Huch, mir geht's gut. Danke. Und dir? Na, ich glaube, Patrick, äh, ich glaube, der meint Patrick und mich mit wunderschöne. Oh, Mann. Jawohl, so muss es sein. Acht Kills, zweiter Platz. Läuft bei dir. Er ist runter, er geht nach rechts rüber in das Große. Kannst du pingen, wenn du den siehst? Ja, der ist im Haus jetzt. Okay. Also, mach mal bitte den Ping weg von, von, von dem Auto. Rangschi. Die, die, siehst du, siehst du. Ist jetzt hier drin halt. Okay. Rücken vor. Ja. Campen ist in, wir warten. Freut mich, Pascal. Ja, er geht rüber. Er ist unterer Schwung. Ach da, ich dachte, das Haus mit dem Auto. Äh, ist er weiter unterer Schwung? Weib. Ach Gott. Ja, ja, Team Weib. Ja, ja, doch, doch, doch. Ah, X. Ja, ich würde sagen, wir verharren hier kurz, oder? Haben wir keine Aufträge, die jemanden kann? Äh, Patrick, brauchst du noch irgendwas? Platten oder Munition? Äh, Platten wären ganz nice. Ach, wie war's jetzt? Ich hab noch vier auf Seite, wie du. Du müsstest vier haben, ne? Ja, da liegen noch welche auf dem Vordach, hab ich grad markiert. Sarathas, hallo, grüß dich. Ja, ja, Mist, weil Kiki Wahl. Wollen wir nicht weiterlaufen? Irgendwie ist das... Ja, ich hab auch keinen Bock hier. Na dann, Jutsch. Du bist gut für ein Frau. Für ein Frau. Dankeschön. Ich geh mal hier hoch, wa? Nach der Auslage würde ich mich, äh, fragen, ob ich das jetzt irgendwie positiv oder negativ sehen würde. Ey, Mekki, du ein Frau, du bist gut, du bist gut. Ich bin ein Frau. Yes. Oh, ich hab ne Munitionskiste am Start. Oh, God. Hör mal Geld. Schaffst du, Ralf, haben wir? Jawohl. Können wir gleich ein Trünchen holen, oder so. Ja, jetzt lass uns gleich, wie es weitergeht. Warte mal, äh, Patrick, hast du irgendwas dabei, extra? Also hier Munitionskiste oder irgendein Spaß? Ich droppe mal die sonst. Kann man die droppen? Die kann man gar nicht droppen. Weil hier ja Totenstille ist, das hätte ich lieber mitgenommen. Ne, das geht nicht. So, Totenstille hab ich da, äh, doch klar, ich hab auch ne Totenstille dabei. Ja, ja, draufgeschissen, okay, äh, soll man Flacke machen? Lass Flacke machen. Ich hab eine Gasmaß, genau, falls irgendjemand. Oder auch. Habt ihr da noch einen Platz? Äh, äh, da Fabi hat sich schon vor dir schon angemeldet. Ich weiß es noch nicht, wie es aussieht, ob wir beim Trio bleiben oder auch so ne Frage gemacht, ne? Bei Trendsticht. Ob wir uns Vierer geben. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Drohne über uns. Ja, genau, Nervi. Ja, aber weißt ja, sonst immer... Ich mach heute sowieso noch Community-Streams heute Nachmittag, äh, heute Abend. Community-Streams? Cool. Was denn? Da nehm ich dann nur die Leute aus dem Chat mit und wir trinken ja dabei ein bisschen und haben Spaß und scheiß auf... Ach nein, ehrlich? Scheiß auf, ja, ja. Und scheiß auf, äh, hier erster Platz. Einfach nur Spaß haben. Meine KD ist mir eh Latte. Das wird einfach nur funny lustig. Wir hätten warten so im C-Zone. Ja, ihr wart ja schon drin. Zack, Staubsauger Dyson. Ähm, das hier hochgehen, oder? Die hinter uns haben wir den Kid-Auftrag. Das sind die Leute, oder? Ja, ja, ne. Komm mit. Äh, auch, fuck, das ist meistgesucht. Bounties. Äh, Bounties da drüben, ne? Ich schnapp's mal kurz. Ah ja. Ja, pfeift auf dir. Auf geht's. Wollt ihr jetzt Bounty machen, oder? Ja, klar. Ja, okay. Ja, ich muss da nur einkaufen gehen. Es gibt Moskau-Mule. Hm. Ich bin da noch zum Shop rechts. Ähm, braucht ihr Setwerk und sowas. Ah, haben wir alles okay. Ja, wir sind komplett, wir sind komplett. Ich würde, wir können dann Drohnen gönnen. Okay, wir werden da wahrscheinlich hinwollen. Kann sein, ja. Ja, die sind, die laufen. In der Feuerwehr sind die drin. Och, campen die da oben jetzt, ne? Ja, müssen wir runter. Lockt. Müssen wir eh runter. Na ja, klar. Also zum Beispiel in ihre Platten dezimieren. Ja, ja, jetzt ist Hektik bei dir da drin. Oh mein Gott, ich wurde von irgendwo links, wurde ich gedown vom Einkaufswagen. Nee, Einkaufswagen. Hast du mir schon gedacht? Ähm. Leute, ich, ich kaufe kurz ne Drohne und aktiviere sie. Nockt. Links ist nockt. Ja, ja, hab's gesehen. Oh, ich hab einen Kill bekommen. Ja, lol. Das war der oben, der genockte. Nee, da ist aber noch einer. Ja, ja, aber, äh, der Killauftrag, das war der oben, der Pfeife. Links von uns in der Halle, ne? Wenn es auf, da sind noch zwei. Nein. Killstep, was im Haus? Bei mir? Das Haus. Ja, lass mal hier weg, lass mal hier weg, wir sind mega Cent. Glas gehört. Oben außen. Ich was? Drüben. Ich geh zu Patrick. Die werden jetzt hier hergerufen, das sind die zwei hier. Hm, aber wir sind halt sandwiched. Ja. Ähm, Maggie, wir hätten jetzt vielleicht eigentlich den hier kurz machen müssen, der ist lost alleine. Geht er nicht. Ah, die mogen jetzt? Ich hab deine Steps kaputt gemacht. Oh, Leute, die müssen frei, richtig move'n dann. Shit break. Oh, wo bist du? Der ist oben im Fenster, oder? Oh mein, nein, ich muss nachlaufen. Oh mein Gott, oh, fuck. Patrick, bei dir geht's? Ich hab die zwei hier. Kann dir helfen von hier. Bedingt, aber es geht. Wo sind die? Zwei, zwei Y, Team Y? Ja, ich hab auch. Alle weg hier. Ja, husten, ach, das bist du wahrscheinlich, ne? Ich, 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 ich. Lass links, lass links umgehen, ne? Meine Maske ist down. Ja, wir müssen links umgehen. So kommen wir am schnellsten an den, vorbei. Los, mach's, Fischer. Leute, was geht? 15, ja, 15 brauchen wir noch. Die sind durch, Leute. Dann schmeiß ich wieder was in den Club. Ah, könnt ihr einen Loader kaufen am nächsten Einkaufswagen? Für dich doch immer. Patrick hatte einfach 20. Alter. Nein, ja, deswegen. Also, Shopping Queen. Der Pfandautomat, danke schön für den Follow. Was, Pfandautomat? Hier ist ein LKW, ne? Aufpassen. Mhm. Ihr, äh, kauft ihr, wann war ich kauf? Ganz kurz. Ein paar und, ja. Selfy-Rife, direkt. Dann komm. Danke, Pascal. Ah, da kommt was. Achso. Aufkauft noch. Drohne oder irgendein Käse. Hab grad schon eine Drohne aktivieren. Ähm, ich glaub noch einer. Puh, was soll man machen? Ran ans große Gebäude. Sind da nicht welche drauf? Ja, ja. Tür ist offen, weil ich seh jetzt grad keiner. Ich geh nochmal eben schnell zum Note-Out. Der Pfandautomat, wie geht's dir? Oh, der hier wird rasiert. Oh, der hier ist noch der Fall. Knocked. Hä? Das knockt, das knockt. Oh, wow. Wow, Patrick, das war aber... Jui, jui, jui. Hier ist es noch. Oh, guck mal, hier ist ein... Oh, Staubsauger. Nööö. Was kämpft denn da? Dyson, Dyson! Nein, Shitty. Kann man bei euch mitmachen? Ah, nee, wir haben leider schon jemanden, der dazukommen würde, falls wir nicht doch bei Trios bleiben. Weil S-Mod ist immer, ähm... leicht anstrengend. S-Mod ist immer da sehr nervend aufreibend, finde ich. Becke. Wir sind eher die lässifären Spieler. Go, Maggie, go! Okay, hier hinten wurde jemand gerade erworben. Im Shop hier drüben. Schnipst was auf dem Dach? Ach, schade. Shieldbreak einer. Ach, ist der Shieldbreak? Au, 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 au! Von unten, das ist ein Gebäude hier, glaube ich, da wo das Auto drin steht. Habe ich nicht gesehen. Raus. Ich bin für irgendeinen fertig gemacht. Shieldbreak. Ich glaube, ich muss ein Schnau und auch mal wieder schnippen. Und tschau. Da wird wieder einer geholt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein und runter, fuck. Er sitzt halt rechts, er sitzt unten im Achtungssch. Was die Camper. Aus dem Schlitz schießt er, wie macht er das? Ja, der schießt aus der Dachluke raus. Ja, ja. Schi. Mega hässlich. Bist du recht nur irgendwo? Ja. Ja. Ja, ich sehe es als einen grünen Ping da. Oder es ist Patrick, ich weiß es nicht. Aus Gesicht, ey. Chillbreak war ja. Aber ich war dann ja auch meine Platten weg. Ach guck mal, da ist das noch ein anderer drin, ne? Ja. Ja, ja. Lass mal chillen. Ich hab noch eine Drohne, ne? Ja. Check, ich hab noch einen Prezi. Lass mal chillen. Da drüben auf dem Dach, ne? Pate, brauchst du Munition. Ich lass, ich komm, ich komm mal. Ich hab genug, ich bin voll. Ja. Brauchen wir nicht mehr. Danach nicht mehr. Hast du gesehen? Da gegenüber, ne? Hm. Ich aktiviere mal Drohne. Wollen wir das Dach vor uns runterspringen? Hm. Ja, der gammelt da ja immer noch drin. Ich würd da nicht runterspringen. Wo ist der? Ne, weiter weg, weiter weg. Das ist doch ein Bauer, oder? Da, 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 da. Hast du dich nicht gesehen? Weiter links. Da. Siehst du den nicht? Nein! Wo? Oh nein. Au, 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 au. Jetzt ist er da unten. Toll, ihr habt Glück, weißt du? Da liegt noch ein Prezi-Schlag, übrigens. Ein Cluster. Direkt hinter dir. Noll. Auch was. Er ist meiner. Nein, nein, nein. Ach, komm. Bleib um, bleib um, bleib um. Bleib um, bleib um. Im Raum noch einer drin. Bleib um. Du hast bessere Kunden. Zwei, zwei hab ich geholt. Zwei hab ich geholt da drin. Mann. Das ist nur noch der eine, ne? Ja. Eins gegen eins, ja. Ach. Das ist der, der mich gekehrt hat? Ja. Ja, ja. Dann ist der unter dir halt, ne? Ja, ihr müsst eh gleich move'n, aber das ist besser. Vorsicht. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Das Gas kommt. Ja. Ja. Du hast noch eine Maske. Ja. Er wird nicht oben rauskommen, denk ich. Bleib, bleib ein bisschen im Gas stehen mit der Maske. Ja, ja, würde ich auch mal. Nein. Boah. Alter, diese Drecksmaske. Hahaha. Sieben, zwölf und vier. GG, Leute. GG, Leute. Wuhu. Das ist so knapp, ey. Oh, Mann. Die Gasmaske. Die Gasmaske. Die Gasmaske.